...wesen zu sagen, dass der Mann bereits mausetot war. Die Wunden sind überall am Rumpf verteilt. Ja. Und sehen Sie diese Wunde hier? Unter dem rechten Arm in der Nähe der rechten Schulter. Könnten Sie so zustechen? Ich habe einen Bleistift, wenn Sie es versuchen möchten. Das wird nicht notwendig sein. Wie ist das zu erklären? Ein linkshändiger Mörder hätte dort leicht zustoßen können. Aber natürlich. Dieser Stich wurde mit ziemlicher Sicherheit mit der linken Hand geführt. Doch einige Stiche wurden ebenso offensichtlich mit der rechten Hand geführt. Hat sich Ratchet im Todeskampf gewunden? Im Gegenteil. Er lag völlig ruhig da. Die Bettlaken sind noch ganz glatt. Der Mörder hatte ungewöhnlich lange Arme. Bitte. Verirren wir uns nicht ins Reich von Edgar Allan Poe mit seinen mörderischen Affen, die junge Mädchen in Schaumsteine hineinstopfen. Ich verstehe etwas von Menschenaffen. Sie erschlagen oder zerquetschen ihre Opfer tödlich. Aber sie führen keine Messer. Erzählen Sie mir etwas über die Kraft der Hiebe. Einige erforderten große Kraft, denn das Messer ist durch Knochen und Muskeln gedrungen. Andere wiederum scheinen willkürlich zu sein und sind abgeglitten, ohne großen Schaden anzurichten. Vielleicht jemand, der mit geschlossenen Augen zustach, in blinder Raserei. Und der so oft mit geschlossenen Augen zustach, um sich zu vergewissern, dass er das eine oder andere lebensnotwendige Organ traf? Könnte es zwei Mörder gegeben haben? Vielleicht. Einige Stiche können nur von einem starken Mann oder einer sehr athletischen Frau geführt worden sein. Andere wiederum sind nur oberflächlich. Vielleicht eine zerbrechliche Frau. Vielleicht war der Mörder zuerst unsicher, wurde dann aber von seinem Blutrausch übermannt. Oder vielleicht wurde der Mörder durch die Anstrengung müde. Schwächer. Aber er genoss es so sehr, dass er nicht aufhören wollte. Können Sie mir in etwa die Todeszeit sagen? Nicht so einfach unter den Umständen. Das offene Fenster, die Kälte, dadurch lässt sie sich nicht so genau bestimmen. Aber ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, dass der Tod zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens eintrat. Das wäre vorläufig alles, Doktor. Monsieur Porrault. Und das ist alles, was ich bisher herausgefunden habe. Wir machen Fortschritte, Mademoiselle. Mal sehen, was wir noch alles erfahren können. Die Wunden lassen keine genauen Schlüsse zu. Ui, die Aufklärung geht ja wunderbar voran. Der Mörder war ein kräftiger Mann. Er war schwach. Es war eine Frau. Es war eine rechtshändige Person. Es war eine linkshändige Person. Ah, c'est rigolo. Tu ça. Und das Opfer? Was tut er bei all dem? Schreit er auf? Leistet er Widerstand? Wehrt er sich? Nein, er geht seinem Schicksal mit größter Gelassenheit entgegen. Die Streichholzschachtel deutet darauf hin, dass das runde Streichholz Monsieur Ratchet gehörte. Ich pflichte Ihnen bei. Der Pfeifenreiniger und das Taschentuch sind gute Hinweise. Vielleicht. Was können wir daraus lernen? Erinnern Sie sich an die Flasche, die ich im Koffer fand? Ja, ein Schlafmittel. Und die Flasche war halb leer. Es wäre aufschlussreich zu wissen, ob Ratchet gestern Abend seine übliche Dosis einnahm. Die Pistole wurde nicht abgefeuert. Er hätte sich sicher verteidigt, wenn er dazu in der Lage gewesen wäre. Es wäre vielleicht besser, wenn Sie die Pistole vorläufig zu Ihrem Schutz behalten. Ich möchte nicht, dass unsere Zusammenarbeit vorzeitig beendet wird. Die stehen gebliebene Uhr verrät uns die genaue Todeszeit. Sehr praktisch, diese stehen gebliebene Uhr. 1.15 Uhr. Innerhalb der von Dr. Konstantin geschätzten Zeit zwischen Mitternacht und 2 Uhr. Was Sie sagen, ist wahr. Ist das Gebiss wichtig? Nur für denjenigen, der es tragen muss. Warum Sie das Gebiss des Toten mitgenommen haben, möchte ich gar nicht fragen. Hoffentlich leistet es Ihnen ebenso nützliche Dienste wie ihm. Die kleine Metallstatue. Sie ist sehr alt. Und womöglich sehr kostbar. Nehmen Sie sie mit. Versuchen Sie, mehr darüber zu erfahren. Die Fußabdrücke draußen am Fenster sind wichtig. Was verraten Sie Ihnen? Der Mörder könnte aus dem Zug geflohen sein. Und wohin ging er? Trotzdem, Sie müssen untersucht werden. Auf dem Etikett seines Huts stand Off Punkt 1318. Eine merkwürdige Beschriftung für einen Hut. Ich fand nur die Zigarre im Aschenbecher. Keine Pfeife. Das weist auf einen Mann hin. Mr. Ratchet rauchte die Zigarre, die er mit einem runden Streichholz angezündet hatte. Ein anderer, uns noch unbekannter Mann, rauchte die Pfeife, die er mit einem flachen Streichholz angezündet hatte. Der Buchstabe H könnte uns helfen, den Besitzer des Taschentuches zu finden. Das weist auf eine Frau hin. So zierlich. Und der gestickte Buchstabe darauf kommt uns sehr gelegen. Bei diesem Fall kann man sich nicht über einen Mangel an Hinweisen beklagen. Wenn Ratchet von einem Mann getötet wurde. Nachdem dieser in Ruhe eine geraucht hatte. Dann kam die Frau später, bemerkte nicht, dass er schon tot war und stach ebenfalls auf ihn ein. Außerdem bemerkte sie nicht, dass sie ihr Taschentuch verloren hatte. Wie praktisch für uns, dass sie so unaufmerksam war. Merci, Mademoiselle. Leider ist der Bericht noch nicht abgeschlossen. Es müssen noch Hinweise zu finden sein, Mademoiselle. Suchen Sie danach. Jetzt darf ich mich nicht verlaufen. Ich muss mich darauf konzentrieren, den Tatort zu untersuchen und mich dann bei Poro melden. Jetzt darf ich mich nicht verlaufen. Jetzt darf ich mich... Mademoiselle, gebrauchen Sie Ihre kleinen, grauen Zellen. Suchen Sie eine andere Lösung. Jetzt darf ich mich nicht verlaufen. Ich muss mich darauf konzentrieren, den Tator zu untersuchen und mich dann bei Poirot melden. Doktor? Ja, Mademoiselle Masseau. Ich werde Monsieur Poirot von meinen Fortschritten unterrichten. Sorgen Sie bitte dafür, dass der Tatort unverändert bleibt. Aber natürlich. Ich werde wachsam bleiben. Danke. Monsieur Poirot. Und das ist alles, was ich bisher herausgefunden habe. Wir machen Fortschritte, Mademoiselle. Mal sehen, was wir noch alles erfahren können. Merci, Mademoiselle. Leider ist der Bericht noch nicht abgeschlossen. Es müssen noch Hinweise zu finden sein, Mademoiselle. Suchen Sie danach. Das bekomme ich nicht auseinander. Das lässt sich kein... Setzen Sie die Ermittlung fort und scheuen Sie sich nicht davor, Indizien, die Sie bereits entdeckt haben, zu überdenken. Jetzt darf ich mich nicht verlaufen. Ich muss mich darauf konzentrieren, den Tator zu untersuchen und mich dann bei Poirot melden. Ich glaube, im Moment werde ich woanders gebraucht. Da ist nichts weiter zu sehen. Vorsicht! Womöglich gibt es Fingerabdrücke. Sehr interessant. Sehr interessant. Ja, Mademoiselle Masseau? Nichts, danke. Fahren Sie fort. Beachten Sie mich nicht. Sehr interessant. Doktor? Ja, Mademoiselle Masseau? Ich werde Monsieur Poirot von meinen Fortschritten unterrichten. Sorgen Sie bitte dafür, dass der Tatort unverändert bleibt. Aber natürlich. Ich werde wachsam bleiben. Danke. Monsieur Poirot. Und das ist alles, was ich bisher herausgefunden habe. Wir machen Fortschritte, Mademoiselle. Mal sehen, was wir noch alles erfahren können. Merci, Mademoiselle. Leider ist der Bericht noch nicht abgeschlossen. Es müssen noch Hinweise zu finden sein, Mademoiselle. Suchen Sie danach. Das bekomme ich nicht auseinander. Das bekomme ich nicht auseinander. Das lässt sich kein Stück be- Das lässt sich kein Stück be- Sitzen Sie dir. Jetzt darf ich mich- Ich dachte, Sie hätten von der Leiche genug gesehen. Da werde ich nichts weiter finden. Ich habe es bereits gründlich durchsucht. Vorsicht! Womöglich gibt es Fingerabdrücke. Das lässt sich kein Stück be- Setzen Sie die Ermittlung fort und scheuen Sie sich nicht davor, Indizien, die Sie bereits entdeckt haben, zu überdenken. Mademoiselle, gebrauchen Sie Ihre... Das bekomme ich nicht... Das bekomme ich nicht... Das bekomme ich nicht... Manches lässt sich heben. Was ist mit den Rückständen im Whisky-Glas? Ein Schlafmittel vielleicht, wie das, was ich im Koffer gefunden habe? Es könnte erklären, warum Monsieur Ratchet nicht aufschrie, als er überfallen wurde. Möglich, doch nach meiner Erfahrung reicht die übliche Dosis eines Schlafmittels nicht, um zu verhindern, dass man aufwacht, wenn man gewaltsam angegriffen wird. Das verkohlte Papier könnte von Bedeutung sein. Was erscheint Ihnen am wichtigsten? Was wurde verbrannt und warum? Präzisement. Aber auf dem Papier lässt sich unmöglich etwas erkennen. Möglicherweise können Spuren von Buchstaben wieder erkennbar gemacht werden, wenn das verkohlte Papier geschützt, geglättet und festgehalten wird, während man es erhitzt. Ich bräuchte etwas, womit wir das Papier vorsichtig halten können. Zwei Gegenstände aus Drahtgeflecht, zwischen die wir es legen können, und eine Hitzequelle. Suchen Sie diese Gegenstände zusammen, dann wollen wir sehen, was wir erkennen können. Ich sollte nach den Gegenständen suchen, die Monsieur Poirot braucht, um den verkohlten Papierfetzen wieder lesbar zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.